WG Hier sehen wir den Wettergott, WG. Er räumt seine Werkstatt auf. Hier macht er das Wetter, den Regen, die Blitze und auch den Sommer. Das ist sein Computer, da kann er beobachten, was die Menschen machen. WG ist müde. Er hat auch schon Jahrhunderte gearbeitet. Er braucht eine Pause. Zur Sicherheit schaut er lieber nochmal auf den Computer, bevor er sich hinlegt. Oh fuck, warum ist der so scheiße heiß? Was haben sie getan? Diese Dullis, dafür werden sie. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Ich bin sicher. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ausgezeichnet! So ein Dreck! So ein Dreck! Was ist denn los? Was habe ich getan? Hätte ich das nicht gemacht. Was ist denn los? 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 Was ist denn los?